Distributed Denial of Service, kurz DDoS. Was ist eigentlich ein DDoS? Ein Distributed Denial of Service Angriff, kurz DDoS, hat dasselbe Ziel wie auch der DDoS Angriff. Anders ist jedoch die Masse an Anfragen bzw. Daten, die durch einen DDoS Angriff erzeugt werden können. Im Gegensatz zum einfachen DDoS, wo meist nur ein Gerät, eine IP zum Einsatz kommt, werden bei einem DDoS Angriff teils mehrere hunderttausende Geräte, IPs, eingesetzt. Durch viele einzelne Zombies in einem Botnetz können solche Angriffe mittlerweile über ein Terabyte an Datenverkehr auffahren. Das zwingt selbst Branchengrößen wie Amazon und Google in die Knie. Eine spezielle Technik, die den Angreifern hilft, noch mehr Datendurchsatz aus ihren Zombies zu erhalten, nennt sich DDoS Amplification. Dabei werden Dienste im Netz genutzt, die aus sehr wenig Inputdaten eine große Menge an Outputdaten automatisch erzeugen. OpenDNS Resolver sind solche Dienste. Sie ermöglichen es den Angreifern, mit einer relativ geringen Menge an Inputdaten eine sehr große Menge an Antwortsdaten zu erhalten. Gaukeln diese Anfragen nun vor, von einem anderen Server zu kommen, schickt der DNS Resolver die riesige Menge an Antwortsdaten an das Ziel des Angreifers und sorgt so für einen DDoS.